Minecraft hat eine ewig weit random generierte Welt, wo jeder Block einen Meter entspricht. Über die ganze Map zu laufen würde Jahre dauern, aber laufen machen wir heute nicht. Denn ich versuche Minecraft durchzuspielen, während ich alle 5 Minuten an random Orte der Map teleportiert werde. Dadurch können wir massives Glück, aber auch richtig fett Pech haben. Viel Spaß mit Minecraft, aber ich werde alle 5 Minuten teleportiert. Wir legen los in 3, 2, 1, BOOM! Okay, jetzt seht ihr den Timer unten. Der tickt runter. 5 Minuten. Und ich sag's euch, meine Taktik wird sein, am Anfang Fleisch zu sammeln, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwo in 3,5 Minuten in eine Höhle teleportiert werden, ist gar nicht mal so gering. Hol doch erstmal noch etwas Stein. Ja, Stein bekomme ich eh, wenn ich unter die Erde teleportiert werde. Das ist kein Ding. Wenn ich nämlich unter die Erde teleportiert werde, kann ich an kein Holz kommen. An Stein komme ich sowieso. Aber jetzt haben wir auch genug Holz, denke ich. Okay, ich muss es boxen. Okay, ich glaube, ich waste viel zu viel Zeit dadurch. Ich boxe sie weiter trotzdem, weil ich ein Boxer bin. Ähm, was noch sehr wichtig sein wird. Äh, Fackeln. Fackeln auch äußerst wichtig. Okay, ein Schwein bekommen wir noch. Vielleicht noch ein zweites. Acht, sieben, sechs, vier. Habe ich das eingesammelt? Wann werde ich teleportiert? Oh! Okay, wir sind noch immer in der Overworld. Nice. Nice. Sehr gut. Wir sind an einem Berg. Wir sind an einem Berg. Das bedeutet, nächster Schritt, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Wunderbar, Chat. Äh, wir werden uns jetzt alle möglichen Steintools machen. Okay, oh, das ist eine Höhle. Das ist nicht gut. Das wollte ich eigentlich nicht. Nein, ich will jetzt keinen Schaden bekommen. Jetzt Schaden bekommen wäre wack, mein Lieber. Bleib weg. Bleib weg. Weiche. Weiche, Dämon. Da hinten ist noch Eisen. Ich nehme jetzt noch das ganze Eisen mit, was ich holen kann. Okay, wohin geht's? Das ist ganz nice. Wir machen jetzt sieben Öfen. No time to waste. Ich hoffe, mich abzuschießen. Okay, Chat, Mayday. Mayday, 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 Chat. Mayday, 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 Mayday. Ich muss zurück zu meinen Öfen. Ey, hat er gerade... Hat er hier was zerstört? Der Hund? Ich glaube, wir können nicht alle retten. 13? Ne, wir können nicht alle retten. Rotten Flash nehme ich noch zur Sicherheit mit, falls irgendwas passiert. Wohin werden wir teleportiert? Ah, here we go. Deswegen habe ich smarte Personen Fackeln mitgenommen. Willkommen in der ersten Höhle. Uh, halli, hallo. Auf welcher Höhe sind wir? Minus 41. Eine Mannschaft. Das ist eine riesige Höhle. Eisen. Sehr gut. Oh mein Gott. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Wir haben zwei Dias! Okay, Chad, wir haben zwei Dias. OP. O-P. Oh. Mein Gott. Okay, ich wurde wieder teleportiert. Wo bin ich? Wo bin ich? Okay, wo bin ich? Langsam mag ich diesen Modus. Boah, das ist ein richtiger Lavasee. Ich schau mal doch rüber. Lava? Durch Lava kann man bekanntlicherweise nicht schwimmen. 1,30 noch. Dann kommt der nächste TP. Alter, das stresst mich so sehr. Im Nether wird es die Hölle werden, Chad. Okay. Eine weitere Höhle. Falls wir nie wieder an die Overworld kommen, kann ich auch ein Lava-Portal gießen. Ich brauche nur einen Lava-See. Wohin werden wir teleportiert? Ich dachte schon, weil es regnet und keine... Oh mein Gott. Okay, chill, chill, chill. Ein Mob-Spawner. Höh? Wie geil! Wir haben Stärke 2. Das klatschen wir auf dem Bogen drauf. Wir haben hier Knochen und ein bisschen was zum Essen. Übel geil, Chad. Du brauchst ein Schild. Ach, pappalapap. Okay, wir machen uns ein Schild. Ich habe in meinem Leben vielleicht zweimal ein Schild gecraftet. Wie geht der Spaß? Schild. Ah, so. Wusste ich. Enderman, komm her. Ich fetz dich. Bam, Junge. Äh. Wasser. Haha. Tschüss. Ich hasse es. Warum sind wir schon... Nein, wir sind nicht in einer Höhle. Ja. Freiheit. Frische Luft. Ich brauche nur noch Tiere für Essen. Das ist auch noch wichtig. Okay, Chad. Wir haben wieder ein bisschen Food. Wohin geht's? In deine Höhle. Aber da ist der Ausgang. Nächste Aufgabe ist es, ein Lavasee zu finden. Und mit diesem Lavasee ein Netherportal zu gießen. Jens, wie viele Körper hat da Knochen? 46, aber nur, wenn der Postbote am Montagmorgen gelbe Tacos bringt. Und wir sind in einer Höhle. Okay, wir holen uns mal Obsidian. Einfach nur für Backup. Warum läufst du eigentlich immer noch mit der Holzspitzsacke rum? Ach, frag doch nicht, Chad. Okay. Huh. Woher ich denn hier gelandet habe? Ja! Fließe runter! Manche würden sagen, das ist Glück. Nee. Um den Timer zu stoppen, alte 4 klicken. Um Avalakan zu timeouten, 3 Mausklicks. So, Chad. Wo geht's hin? In eine weitere Höhle. Krass. Ich glaube, es ist Zeit, um Le Nether Deportable zu bauen. Und wir gehen rein. Oh. Er kommt mit. Er kommt mit. Willkommen im Nether-Chat. Willkommen in dem beschissensten Nether-Gebiet, wo ich landen hätte können. 10 Sekunden werde ich teleportiert. Was ist das Ziel? Minecraft durchspielen. Oh. Ja, geil. Okay. Oh. Das nehme ich. Ich bleibe mal stehen. Oh, das ist gut. Okay. Nices Gebiet. Ich mache den Sprung. Sehr risikoreich, Chad. Wusste nicht, ob ich es überlebe. Pack mit mir zu spielen. Ein extrem schweres Mockpack. Oh. Mein Gott. Okay. Ich muss schnell handeln, Chad. Ich muss sehr schnell handeln. Oh. Mein Gott. Nein. 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 Jetzt bin ich dead. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, das war's. Wir hatten alles, Chad. Wir hatten alles. Wir werden in 10 Sekunden teleportiert. Nein. Nein, Mann. Wir waren so weit. Wir waren so gut dran. Ich hasse es. Wisst ihr was? Ich lasse mich umbringen. Dann bin ich schneller wieder an der Overworld. So. Willkommen zur heutigen Challenge, Chad. Minecraft hat eine ewig weit random... Ich habe jetzt einen neuen Plan fürs Nether. Ich mache das jetzt ohne Bestchen. Ich farme einfach Gold und trade dann mit den Piglins. Kann man in den Nether-Tipid werden? Nein. Nur wenn man schon im Nether ist. Okay, wir haben Höhle bekommen. Keine Rüstung, keine Fackeln. Gar nichts haben wir. All unsere Kräfte zusammennehmen, um diese Challenge zu schaffen. Seid ihr bereit. Dorf. Dorf. Dorf, 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 Dorf. Betten, looten im Dorf. Warte, da ist noch ein Dorf? Wie lucky ist das. Nach dem, nach dem vorigen Quatsch, der uns passiert ist, dass wir jetzt zwei Dörfer nebeneinander haben. Sorry, alle eure Betten gehören mir. Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich bin ins Wasser teleportiert worden. Das wäre giga-shit gewesen. Okay, nächste Aufgabe. Wir suchen Eisen. Aber da sind halt so viele Viecher und ich habe halt noch gar keine Rüstung. Niemand kann mich stoppen. Außer diese, oh mein Gott, außer diese Skelette. Ne, 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 das sind mir zu viele. Ne, 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 ne. Muss schnell hier weg. Scheiße. Alle guten Dinge sind drei, Chat. Ein Stück Fleisch. Wenn wir jetzt in der Hülle teleportiert werden, miese Krise. Geil. Geil. Wohin werden wir teleportiert? Wieder in die Overworld. Wie kannst du so Challenges machen? Unser guter Developer-Freund, äh, Arvid, der gerade auch jetzt im Chat ist. Der hat das gecodet und deswegen funktioniert das Ganze. Also Props an ihn. Oh mein Gott, ich habe nicht gecheckt. Ich habe nicht gecheckt, wenn ich teleportiert werde. Wo bin ich? In einer riesigen Höhle. Oh mein Gott. Ah! Wir haben fünf Dias. Wir applaudieren uns, Chat. We did good. Sind wieder irgendwo... Oh, hallo. So eine Banane für zwischendurch. Boah. Leider keine Overworld. Digga, bin ich in der gleichen Höhle? Ich will nicht mehr. Ich will an die Overworld. Mama, bitte hol mich ab. Ich hasse es. Ich verabscheue es. Ah! Ah, nein! Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich will nicht. Bitte. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht mehr. Nein! Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Scheiße. Wieso kann ich nicht einfach in die Overworld teleportiert werden? Wann ist das so schwierig? Ja! Oh mein Gott. Bäume. Village! Oh mein Gott. Village ist huge. We're back in the game, boys. Wir sind zurück. Wir haben eine Maschine. Und wir werden nicht down gehen diesmal. Okay, wohin werden wir teleportiert? Seht ihr? Höhle. Nächster Plan ist wieder der Nether. Wir haben Gold. Damit wir traden können. So, wir haben jetzt auch halbwegs Rüstung. Oh, ich werde teleportiert. Schade war es. Kein Crafting Table mehr für mich. Aufgabe. Finde Lava Quelle. Verschwinden die Bus. Boom. Oh, zum Frick bin ich ja schon wieder. Ey, warum werde ich nicht mal normal in eine Höhle teleportieren? Das sind immer diese Rotzhöhlen, wo man nichts sieht. Also das ist, glaube ich, der dämlichste Spawn, den wir hatten bis jetzt. Overworld. Nice. Das ist sehr gut. Das ist natürlich sehr geil, weil wir hier das Obsidian abbauen können. Vier. Kann ich das aufbauen? Kann ich das fertig bauen? Können wir gleich in den Nether gehen? Nein, wir haben keinen Flint and Steel. Okay, dann muss ich das Obsidian abbauen. Okay. Wohin geht's? Wieder in die Overworld. Okay, stark, stark, stark. So. Ah, ich habe es zu groß gebaut, actually. Lol. Naja, egal. Egal, egal. Rein da. Wie kommst du zurück? Mein Plan ist es, so lange zu traden, bis ich Obsidian bekomme. Wohin werde ich teleportiert? Okay, schaut gar nicht mal so schlecht aus. Crimson, äh, Crimson Forest. Okay, neun Enderperlen, fünf Obsidian. Wir brauchen noch immer, wir brauchen auch noch immer Blazerods. Das war krass. Danke, dass du mir, oh mein Gott, danke, dass du mir, ähm, Feuerresistenz gedroppt hast. Oh mein Gott. Dieser Piglin ist eine Maschine gewesen. Wow, war das ein beschissener Spawn. Holy moly. Ich dachte gerade, es ist over. Droppe mich irgendwo hin auf eine rote Netherbrickfläche. Dunkelrot. Ich hasse alles und jeden. Halleluja. Da ist der Spawner. Freimachen, dass wir mehr spawnen können. Zwei Minuten. Sind so viele. Sind so viele. Ich hätte noch einen Trank der Feuerresistenz gebraucht, dann wäre es geil geworden. Ein Blazerod. Erster. Okay, stehen bleiben. Oh mein Gott. Ich bin stehen geblieben und es... Oh, Junge, Junge, Junge. Hier wird er super beschissen. Der Sci-Fi auch. Danke dir für den Follow. Oh, Crimson Forest. Ich dachte, es ist over. Oh mein Gott. Geil. Okay, krass. Sorry, American Sniper. Trade mit mir hier nach hinten. Sieben Obsidian. Du bist ja eine Maschine. Ich danke dir. Das Gold. Ich wünschte dir wirklich, dieses Biom hätte es nie gegeben. Not too bad. Okay, Chad. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich selbst bei einer... Wenn wir in der Bastion kommen, Fullham gehen werde, glaube ich. Das Gold, das Gold loote und dann alles gegen Trader, was ich kann. Mama, Maus. Gute Nacht. Mach's gut. Digga, nee. Oh, geil. Danke dir. Das ist der Geilste. Digga, in welchem Fiebertraum bin ich hier gefangen? Chad. Chad, wir schaffen diese Challenge. Wenn es das Letzte ist, was ich heute tun werde. Nein! Können wir auch mal gemeinsam spielen? Ey, Chad. Wer es noch nicht weiß, für alle Minecraft-Enthusiasten, wir haben einen eigenen Minecraft-Server. Meine Freundin Luna und ich. Oh mein Gott. Da komme ich nicht in den Time hin. Zwei Minuten sind wir ein bisschen zu risky. Eisen. Habt ihr kein Obsidian oder so irgendwas? Oh, nur Schätze. Die ganze Zeit Schätze, Schätze, Schätze. Ja. Ich weiß nicht, ob das Intended ist oder ob wir gerade in einem Loop gefangen sind. Oh, shit. Verdammt. Bist du der deutsche Basti-GHG? Basti-GHG ist doch deutsch. Oh! Heiße Reiseziele. Ich war in jedem Biom. Wat ne Überraschung. Krasse Gegend. Wird auf einem strikten Timer jedes Mal. Ich hab Stress. Übelsten Stress. Wenn es irgendwas Wichtiges gibt, ist das sofort wieder weg. Es kracht. Okay. Krank der Feuerresistenz nehme ich. Shit. Oh mein Gott. Rein da. Rein da. Rein da. Rein da. Rein da. Wo ist der Spawner? Wo ist der Spawner? Da drüben ist einer. Na gut, an den komm ich nicht mehr ran in 15 Sekunden. Schade. Ne, schade. Dammit. Neun Obsidian. Geil. Okay, ich hab mein Gold noch eingesammelt. Gott sei Dank. Ich hab's erst so spät bemerkt, dass ich schon wegteleportiert werde. Eins noch. Ja! Elf Enderperlen. Den können wir arbeiten. Jetzt brauchen wir nur noch Lohnrouten. Jetzt ist die Aufgabe einfach traveln. Okay. Hit me. Gutes Gebiet. Jackpot. In den Kampf, meine Freunde. Und nicht weg. Nicht weg, nicht weg, nicht weg. Nächste. Ich bin gerade konzentriert, Chat. Sorry, dass ich gerade mit euch nicht reden kann. Ich nehm den TP und dann baue ich das Netherportal. Okay, geil. Let's go, Chat. Wir haben's. Wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Okay. Ey. Get the fuck out of here. Ich will nie wieder in diesem Gebiet sein. Gott sei Dank kommen wir jetzt hier raus. Wir haben es aus dem Nether geschafft, Chat. Ja. Wir sind back in business. Das Problem ist, ich hab fünf Minuten Zeit, um diese Stronghold zu finden. Bitte. Ah, shit. Wir sind in der Overworld. Ich werd's nicht on time schaffen, Chat. Ich glaub nicht, dass ich's on time schaffen werde. Nein. Ich werd's mit dem nächsten Trap probieren, mit neuen Enderperlen. Es ist das Wasser gefallen. Oh nein. Nein, ich kann nicht mehr regenerieren. Ich hasse es. Warum kannst du nicht einfach stehen bleiben, Auge? Wir jagen's noch einmal. Verdammt. Oh mein Gott. Hier ist es. Ich hab nur sechs Augen. Es kracht. Nur sechs Augen und es ist dunkel. Nein. Chat, das war ein fantastischer Screen. Wir haben es nicht geschafft. Minecraft, aber ich werde alle fünf Minuten teleportiert. Konnten wir jetzt nicht beenden. Macht's gut. Haut rein. Bis dann. Ich geh jetzt Demon Slayer schauen. Und meine restliche Pizza essen.